Lesen Sie weiter Tolles Design, die Sortierboxen lassen sich einfach herausziehen, aufgrund der Konstruktion des Regals fallen sie nicht heraus wenn man sie kippt, so dass man bequemen Zugriff zum Inhalt hat. Das Regal selbst ist sauber lackiert, sehr hochwertig und stabil. Die Räder gleiten mühelos und geben somit Flexibilität beim Positionieren der Einheit. Ich kann nur sagen, dass dieses Produkt meine Erwartungen übertroffen hat. Habe das Regal alleine aufgebaut. Zweiter Mann dringend empfohlen, ging aber auch. Es ist wirklich toll verarbeitet und ich habe sehr lange gestöbert, bis ich mich dafür entschieden habe. Wie in vielen anderen Regalrezensionen zu lesen war, dass halte Stifte gebogen werden mussten für die Einliegeböden, dadurch bedingt der Verlust von Rostschutz an den malträtierten Stellen oder schlimmstenfalls Schnittwunden an den Fingern. Hier keine Spur. Sehr saubere Verarbeitung, keine Gradreste an irgendwelchen Kanten und als Clou noch mitrollen, wodurch die Tragkraft pro Regal mit etwa 22,5 kg angegeben wird. Mit den beiliegenden Füssen reicht es sogar für einen kleinen Audi, wenn er denn passen würde. Haben aber wohl die wenigsten im Keller geparkt. Das Regal ist absolut stabil und sicher und preislich zu den hier angebotenen Vergleichsregalen jeden Cent wert. Ein wirklich tolles Produkt. Klare Kaufempfehlung. Diesen Allzweckwagen habe ich mir für meine Gartenutensilien gekauft. Zusammenbau super einfach. Man braucht nur noch ein paar Hände dazu. Super stabil. Die Rollen sind mit Bremsen versehen. Ich denke der hält was aus. Sicher verpackt und schnell zugesendet. Ich finde den Wagen toll und empfehle ihn gerne weiter. Ein super Preis-Leistungsverhältnis für ein Regal dieser Größe. Anlieferung. Das Paket selbst wiegt ca. 50 kg. Die Anlieferung erfolgte zuverlässig im zuvor telefonisch vereinbarten Zeitrahmen. Verpackung. Zweckmäßig und durchdacht. Stabiler, doppelagiger Karton. Aufbau. Schnell und effizient. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Regalböden sollten es zwei Personen sein. Ansonsten könnte es unter Umständen bei den oberen Regalböden schwierig werden. Abweichend zur Anleitung haben wir die Stangen erst nach Montage der unteren Regalböden zusammengeschraubt, was unserer Ansicht nach die Sache vereinfacht und keine negativen Auswirkungen auf die Stabilität hat. Alle Teile waren vollzählig vorhanden, von den schwarzen Regalbodenhaltern lagen zwei Paar als Reserve bei. Wir haben, bei sehr gemütlicher Arbeitsweise, rund eine Stunde gebraucht, including Entsorgung der Verpackung, Qualität Optik, die Verarbeitung der Stangen wie auch der Regalböden war durchgängig gut und alle Teile haben perfekt gepasst. Es war keinerlei Nacharbeit. Oh. Äh. Notwendig. Auch die Beschichtungen waren ordentlich ausgeführt. Und von der Optik her deutlich schöner als Schwerlastregale anderer Bauweise. Fazit, es gibt billigere Regale in dieser Bauweise, allerdings sind diese in der Regel deutlich keiner und instabiler und können auch nicht derart stark belastet werden. Klare Kaufempfehlung Manchmal macht man einen schnapp im Amazon-Warehouse. Tisch ist sehr stabil, schnell aufgebaut und eine tolle Qualität. Mit dem Mini-Kratzeichen an einer Ecke kann ich super leben. Spätestens wenn der Tisch zweckmäßig genutzt wird kommen weitere hinzu. Nutze den Tisch für meinen Bifa und eine Gasflasche auf der unteren Ebene. Der Allzweckwagen wird von mir für meinen Oberhitzegrill genutzt. Dafür ist er gut geeignet. Die Oberflächen sind einfach zu reinigen sollte beim Grillen etwas daneben gehen. Klick Link in Description for more Reviews. Thanks for your watching. Klick Link in Description